Hinterm Lenkrad sitze ich und bin bewegt. Ja, freudig bewegt, weil, weißt du, wisst ihr, was passiert ist? Ich mag das teilen, was bei mir immer wieder passiert. Während die meisten bei Social Media immer ja noch die ganzen rechten Glotten, sag ich, ey, wir sind alle eins, wir sind ein Teil, es gibt nichts anderes. Das Große und Ganze, ja, ich werde wieder spierimäßig und so sehe ich das weiterhin. Soll heißen, ich lehne nichts ab, sonst lehne ich mich selber ab. Ich setze mich mit Menschen auseinander und beschäftige mich mit Menschen. Wir können uns auf das Politische konzentrieren, dann konzentrieren wir uns meistens auf das, was uns trennt. Oder wir konzentrieren uns auf das, was uns irgendwo auch verbindet. Wir alle haben Ängste und Ähnliches und für die können wir Verantwortung übernehmen und sie nicht anderen zuschreiben. Und auf einmal wird es entspannter. Ja, wenn du das Gefühl hast, du bist abgelehnt, wirst du radikal. Und wenn du das Gefühl hast, wir sind mehr, deine Meinung zählt nicht, wirst du radikal. Ich glaube das so. Es ist alles wichtig, was wir Konstruktives tun. Es ist wichtig, auf die Demos zu gehen unbedingt. Um auf der Politik zu zeigen, die AfD gehört verboten und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall so. Aber nur die Meinungen lassen sich nicht verbieten. Also die Arbeit fängt an, dazu habe ich ja mal ein Video gemacht. Soll heißen, ich bin in Austausch gegangen mit Leuten, die radikale Meinungen vertreten in Social Media. Ganz konkret in Instagram und auch ganz konkret in Threads schreibe ich ab und zu mal. Das ist Arbeit. Aber ich finde es wichtig, nicht zu sagen, ey, du hast eine scheiß Meinung und du bist weg, sondern ich gehe mit den Menschen in Austausch. Und dann gehe ich persönlich in Austausch. Ich schreibe ihnen so, wie ich mit ihnen sprechen würde, wenn sie mir gegenüberstehen. Finde ich immer noch eine wichtige Herangehensweise. Was mache ich noch? Ich schreibe ihnen auch privat, wenn wir im Austausch sind. Und ich merke, okay, die dringen mich in eine andere Ecke rein und so weiter. Und pauschalisieren und machen Schubladen und denken, da ist unglaublich viel an Schubladen. Und dann konkretisiere ich sie noch, kontaktiere ich sie gerne auch privat. Schreibe ihnen eine Nachricht, ey. Und am allerliebsten mache ich eine Sprachnachricht, weil dann wird es noch persönlicher. Ja, und das ist die Ebene. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert Magie. In meinen Augen ist das Magie. Auf einmal versteht man sich. Hört sich zu. Fragt nach. Wenn du es öffentlich tust, das ist was anderes. So, das ist vielleicht nicht dein Weg. Und ich will auch nicht sagen, dass dieser Weg für jeden was ist, weil ich spreche öfter mit Leuten, die einfach sagen, boah, ich bringe das so in Rage, wenn ich da jemandem gegenüberstehe, der sagt, ja, natürlich schieße ich auf kleine Kinder, wenn die irgendwie geflüchtet übers Meer kommen oder ähnliches. Ja, das ist eine Sache, da musst du erst mal gucken, okay, wie gehe ich denn mit so einer Sache um? Mit so einer dermaßen Empathielosigkeit, wo ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie kann jemand das wirklich denken? Und ja, und dann sollen die Kinder doch im Meer ersaufen oder ähnliches, wenn man vor Krieg und Terror flüchtet. Also, ich weiß gar nicht, wie viel Empathielosigkeit man haben kann, um so zu denken. Aber es ist mir wichtig, den Menschen zu begegnen und nicht in meinen Emotionen zu sein, sondern sachlich zu sagen, krass, ich sehe das sowas von komplett anders, das könnte ich nicht. Und einfach nicht in die Emotionen reinzugehen, das ist eine Einladung für mich, im Gleichgewicht zu sein. So, und zu wachsen an dem, was mir begegnet. Im Einzelnen Kontakt und wie im großen gesellschaftlichen. Das ist das, was meiner Meinung nach passiert. Und wenn du das Muster nicht erkennst, keine Sorge, es kommt wieder. Und die Herausforderungen, denen zu begegnen, die Emotionen zu glätten, ja, das ist genau die Aufgabe, die wir uns gemeinsam stellen dürfen. So sehe ich das. Dann wird es riechen. Nicht, wenn wir andere Meinungen ablehnen, sondern wenn wir sie verstehen und aufzeigen, ey, ich regle das friedlich und vielleicht habe ich ja das Glück, dass jemand aus meiner Welt was mitnimmt und friedlich die nächsten Konflikte klärt. Grüße. 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 Grüße.